Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 42. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Storys präsentiert von eurem Host Benedikt Hain. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Outback Recordings Podcasts. Ich bin euer Host Benedikt Hain und mit mir hier heute ist Benni Pasca von Carrot Carter. Carrot Carter ist eine Band, die ich zwar vom Namen her kannte, die mir aber tatsächlich immer irgendwie so, ja, ich habe es nicht so wirklich mitbekommen irgendwie. Dann wurde die mir aber empfohlen und ich habe mir dann, ich habe dann doch nochmal genauer hingehört, habe dann auch diese wundervolle Isolation EP mir angehört, die sie jetzt kürzlich rausgebracht haben. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich sie nicht doch früher so richtig entdeckt habe, weil mir es einfach verdammt gut gefällt. Und ja, dann habe ich die Band eingeladen, beziehungsweise den Benni. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was er zu erzählen hat, worüber wir uns jetzt gleich unterhalten. Auch weil ich mir so ein bisschen Nerdtalk natürlich erhoffe, weil er ein Studiokollege ist und das 8 Ohm Studio betreibt, die Platte selber produziert hat. Also alles in allem spannende Geschichte, mega spannende Band. Ich habe mich mega auf dieses Gespräch gefreut. Und bevor wir loslegen, wenn der Sound etwas anders ist als sonst, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin heute mal wieder daheim und nicht im Studio. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation versuche ich viel Zeit mit der Familie einfach zu verbringen, oder damit denen die Decke nicht auf den Kopf fällt und versuche mehr als sonst daheim zu sein. Deswegen wird das Ganze heute hier in meinem Büro aufgenommen. Es kann etwas halliger klingen, aber ich hoffe und denke, ihr verzeiht mir das. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Benni. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Grüß dich. Danke, dass ich da sein kann. Super. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich so richtig verliebt habe in die Songs, die ich mir angehört habe. Das kommt nicht allzu oft vor bei Bands, die ich so entdecke oder die mir ja niemand empfiehlt. Ja, aber in dem Fall war es echt so, dass ich mir gedacht habe, zündet voll bei mir. Also erstmal Glückwunsch dazu. Cool, danke schön. Ja, das freut mich. Ja, ich habe sowohl diese Isolation EP mir angehört, als auch das Album, in das ich reinhören durfte, dass der noch nicht draußen ist, das aber kommt. Und das ist phänomenal gut. Und jetzt wollte ich dich ja zuerst mal fragen, war das so spontan, wie es mir jetzt vorkommt mit dieser EP? Oder wäre die in der Vorbereitung aufs Album ohnehin entstanden? Beides. Also, dass wir sie jetzt rausgebracht haben, war natürlich sehr, sehr spontan. Sonst würde sie auch nicht Isolation EP heißen. Aber die Songs standen vorher natürlich schon. Also die waren tatsächlich teilweise auch Kandidaten fürs Album. Teilweise auch Kandidaten, die wir vor dem Album schon geschrieben haben und aufgenommen haben. Oder als Demo aufgenommen haben. Und im Zuge des Albums dann quasi richtig aufgenommen hatten. Die es aber nicht aufs Album geschafft haben. Also es ist spontan released, aber schon länger aufgenommen und sitzen quasi, sind nur rumgesessen. Aber jetzt im Nachhinein, also was interessant ist, ich habe die länger jetzt nicht mehr gehört gehabt. Und dann haben wir die ausgegraben und ich war selber tatsächlich so ein bisschen, dachte mir, oh, warum sind die nicht auf dem Album? Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, würden nahtlos reinpassen. Aber gut, wenn man sich das Album durchhat, stellt sich dann auch wieder die Frage, welcher Song hätte stattdessen dann weg sollen. Genau, genau. Richtig, richtig, ja. Na, stimmt, aber es ist jetzt kein richtiger Durchhänger dabei. Deswegen auch die Frage so, weil das klingt nicht wie so die typischen B-Seiten, die halt ausgemustert wurden. Jetzt bringt man die auch nochmal raus, sondern die hätten durchaus einen Platz auf der Platte, ja. Sehe ich auch so. Ja, das war irgendwie im Zuge der Selektion, wo wir zusammen saßen und irgendwie die Songs selektiert haben. Das ist halt irgendwie, dann entscheidest du natürlich viel aus dem Bauch heraus und dann findest du es richtig. Und ich finde es nach wie vor richtig, welche Songs auf der Platte sind, absolut. Das will ich nicht runtermachen, aber trotzdem, finde ich, spricht für die Qualität der anderen Songs auch, dass ich die jetzt nach wie vor gut finde. Ja, definitiv. Hast du praktisch, weil was ich in meinem Intro nicht erwähnt habe, ist, dass du ja nicht nur bei der Band Schlagzeug spielst, sondern du betreibst ein Studio, also Kollege praktisch. Richtig. Hast du dann sowohl das Album als auch die EP praktisch aufgenommen oder mit aufgenommen oder wie muss man sich das verstehen? Genau, richtig. Also komplett aufgenommen, produziert, gemischt und das Mastering haben wir dann rausgegeben an jemand anderen. Also ich mag mich jetzt täuschen. Ich hab's mir, glaube ich, auch auf unterschiedlichen Kopfhörern angehört, die EP und auch das Album, aber mir kam's zumindest so vor, als würden die nicht gleich klingen oder zumindest schon merklich unterschiedlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn das aus denselben Sessions ist und du das alles gemacht hast, wie kommt's? Also, weil es ist so, die Songs haben wir dann ausselektiert, bevor das richtige Mischen losging. Also, die wurden schon vorgemischt. Ich hab immer so einen Prozess, wo ich dann so ein bisschen anmische, sag ich jetzt mal und schon am Tag rauf oder am Tag oder in der Nacht, wo wir aufgenommen haben, schon so ein bisschen den Sound sucht, weiß nicht, wie dein Prozess ist, aber bei mir ist das dann immer so, ich will da so diese Impressionen, die ich hab, auffangen irgendwie in den EQ-Einstellungen, in den Kompressoreinstellungen. Das will man irgendwie so ein bisschen, das ist die Idee, die man hat, einfach schon mal skizzieren. Das sind quasi so Skizzen-Mixe, sag ich jetzt mal. Also, die sind gar nicht krass gut durchgemischt und ich weiß auch gar nicht, also, die drei Songs sind auch nicht wirklich gemastert. Also, die sind, die haben wir nicht zum Mastering rausgegeben, sondern nur das Album wurde gemastert. Und diese von der Isolation-EP, die wurden, ich weiß es gar nicht genau, wie, ob ich da auf dem Masterbus einfach so eine Art Mastering-Kette draufgehauen hab oder hinterher nochmal kurz angemastert hab, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber daher kommt, glaube ich, der unterschiedliche Sound, weil es eben, ich sag mal, nur Skizzen-Mixe sind eigentlich. Okay, weil es schnell gehen musste jetzt praktisch für die spontane EP, oder? Ja, also, das Mixing wurde gar nicht jetzt gemacht für die EP, sondern die wurde schon vor einem halben Jahr gemacht. Nur lagen die Songs eben rum. Und das waren damals die Skizzen-Mixe quasi. Ah, okay. Also, du hast die nicht nochmal neu ausgepackt jetzt und aufbereitet, sondern einfach, okay, alles klar. Genau, genau. Ja, ja, das macht Sinn, dann ist klar. Ja, aber trotzdem, klingt für sich super und bot sich ja jetzt an in der Situation. Vielleicht erzähl mal kurz, was zu der Idee überhaupt mit der EP und das Isolation-Thema. Und ob da noch, also, wie kam es, dass ihr gesagt habt, jetzt bringen wir das Ding noch raus? Naja, also, dadurch, dass da ja Leute jetzt viel daheim hocken, dachten wir uns, hey, die könnten wahrscheinlich gerne was zu hören haben. Die brauchen irgendwie Futter in irgendeiner Art und Weise. Und dann dachten wir uns, hey, warum nicht irgendwie jetzt so eine Art, ich sag mal, B-Seite oder so B-EP rausbringen. Genau, dann haben die was zu hören. Und wir haben, sag ich jetzt mal, auch die Songs in einer guten Art und Weise verwertet, die noch rumlagen, sag ich jetzt mal. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber du weißt, was ich meine. Nein, nein, absolut super. Klar. Wie hat es euch überhaupt, weil du das Thema jetzt gerade ansprichst oder wir jetzt gerade drüber sprechen, weil sie, falls ihr den Podcast übrigens jetzt in einem Jahr oder so hört, also wir nehmen das jetzt gerade zur Corona-Zeit praktisch auf, wo jeder daheim sitzt und wir noch nicht, zur jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie lange noch. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, wie hat es euch als Band da erwischt? Hat es euch erwischt? Hat es euch Tourpläne durchkreuzt? Oder wart ihr gerade in einer, wahrscheinlich wart ihr, wärt ihr am Touren gewesen, so mit dem anstehenden Album, oder? Ja, also es war eine kurze Tour jetzt angeplant, also vor der Release, die wäre jetzt im März, glaube ich, gewesen. Die wurde natürlich gecancelt, beziehungsweise bis jetzt noch verschoben. Und nach dem Release, welcher jetzt kommen wird im Mai, hätten wir auch für, ich glaube, zwei Wochen oder eine Woche auch wieder on Tour gewesen. Die ist natürlich auch jetzt flachgefallen und dann auch unsere geplante Header-Show im Juni, Juli war es, glaube ich, gewesen. Die ist auch, da wird auch nichts mehr draus. Also insofern live, klar, hat es uns auch erwischt. Zum Glück hatten wir jetzt nicht, also ich kenne eine befreundete Band von mir, die sind, die wären jetzt richtig, glaube ich, drei Wochen unterwegs gewesen und zu ihrem Release jetzt und die hat es einfach völlig ausgenockt und finanziell natürlich auch, da ist, ja, einfach richtig die Kacke am Dampfen. Bei uns natürlich auch, ich meine, man plant schon und man hat so ein bisschen Vorfinanzen, wo man irgendwie Sachen vorbereiten muss, Sachen mieten muss, etc. Und das ist halt natürlich ein bisschen schlecht, aber insofern hat es uns erwischt. Aber wir versuchen irgendwie das Beste draus zu nehmen, positiv alles zu sehen und deswegen eben auch so versuchen, Sachen zu releasen. Hey, Sachen, die da rumliegen, das bietet sich dann eben gut an. Habt ihr als Band jetzt in der Zeit irgendwas umgestellt oder irgendwas gemacht, sodass ihr weiter produktiv sein könnt oder was tun könnt zusammen? Und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema auch für viele, die vielleicht jetzt zuhören, die sich auch immer noch fragen, was sie jetzt mit ihrer Band tun können. Also Thema Streaming oder irgendwie Proben oder Songwriting über irgendwelche Videochats oder tauscht ihr irgendwelche Projekte aus, wo ihr irgendwas aufnehmt. Ich meine, bei euch ist das Album jetzt gerade fertig rum, das wird wahrscheinlich jetzt nicht Thema sein, aber macht ihr irgendwas jetzt in der Zeit oder haltet ihr jetzt mal einfach die Füße still und wartet, bis es vorbeigeht? Nee, also wir sind nach wie vor produktiv und tatsächlich auch produktiver wie vorher. Nicht, dass wir vorher unproduktiv gewesen wären, aber ja, also das Songwriting und das daheim rumhocken, da wird man ja auch irgendwie kreativ, weil man was machen möchte. Also den Song schrauben, das geht nach wie vor weiter und da hat jeder auch für sich ein kleines Setup, wo er dann Sachen oder Skizzen aufnehmen kann. Die schicken sie dann mir oder wir schicken es rum und dann bastelt man irgendwie weiter. Also in dem Belang sind wir auf jeden Fall recht gut aufgestellt und da sind wir auch recht produktiv. Was so Streams anbelangt auch, also es war ja geplant, dass wir ein Zusammenspielen machen und das dann streamen zuerst, was wir dann aber verworfen haben, weil genau dann ging es mit der Ausgangssperre los und dann wollten wir eigentlich zusammen streamen, haben wir es aber dann nicht gemacht und so spielt jetzt quasi der Nick, unser Sänger, ab und zu Online-Konzerte quasi mit der Akustikgitarre und singt unsere Songs. Das zum einen und wir haben jetzt natürlich auch eine Idee, dass wir irgendwie einen oder mehrere Songs so aufnehmen, dass es jeder für sich mit Video auch aufnimmt und dann stellen wir es zusammen und dann hat man so eine Art, ja, die Band performt den Song, ohne dass sie zusammenhocken und genau. Kannst du da vielleicht mal für so ein bisschen das Setup erläutern, so in beiden Fällen, also dieses Songwriting-Setup, das jeder daheim hat und auch was ihr da macht, sodass das, weil ich glaube, das ist ein Thema, also ich kriege zumindest relativ viele Fragen auch von Bands, die noch nicht genau wissen, wie das einfach technisch funktioniert, was es für Tools, für Möglichkeiten gibt, wie habt ihr das genau gelöst? Kann man da jemandem so eine klare Empfehlung geben? Also bei mir ist es natürlich so, ich hocke hier im Studio quasi, das ist für mich das wenigste Problem. Der Nick, unser Sänger, der hat auch Interface und Laptop und hat dann ein Mikro und einen Instrumenteneingang und das ist im Prinzip alles, was er braucht. Damit kann er dann seine Akustikgitarren, die Skizzen aufnehmen oder auch die normale E-Gitarre mit über Plug-in aufnehmen, das ist alles so gut ausgecheckt, dass es gut funktioniert. Bei den anderen zwei, da sind wir gerade am Machen, dass sie sich das auch so einrichten, dass sie gut Songwriting eben machen können. Der Passi hat auch Interface und Laptop im Prinzip und fängt da jetzt auch an, kreativ zu werden. Und der John, der schaut noch, dass er das gut auf die Reihe bringt. Genau, an dem müssen wir noch ein bisschen fallen, aber das kriegen wir hin. Sehr diplomatisch ausgedrückt jetzt, ja. Super, aber es funktioniert und ihr seid tatsächlich produktiv. Das habe ich so jetzt gar nicht erwartet, weil so normalerweise so der Album-Cycle, den man so gewohnt ist, also wenn eine Band jetzt kurz vor dem Release steht, das ist ja meistens so die Show und Promoplanung auf Hochtouren, aber ihr seid dann tatsächlich schon auch wieder am Schreiben. Das ist cool. Ja, also das ist immer irgendwie ein interessantes Phänomen. Das ist ja nicht die erste Band, die ich mache und bei allen Bands war es immer so, wenn ein Album durch ist, man es aufgenommen hat, dann ist so, ich sage mal, ein Monat vielleicht Ruhe und das war es auch schon. Dann geht es wieder los mit neuen Songs oder teilweise auch schon direkt nach, wenn man fertig ist mit dem Album aufnehmen, kommen dann schon kleine Ideen, die man aber dann wegdrückt, weil man sagt, hey, nee, wir haben jetzt Album aufgenommen, erstmal brauchen wir jetzt nicht, aber tatsächlich geht es dann ganz schnell eigentlich wieder los am Songwriting und irgendwie Ideen sammeln und ja, ich meine, wir Musiker sind ja irgendwie kreative Menschen und wir können einfach nicht still sitzen, blöd gesagt. Das muss immer irgendwie raus, was ich auch super finde. Ich finde es immer spannend, mit Leuten wie dir darüber zu sprechen, weil wenn du auch dieses nicht still sitzen können hast und dieses kreativ sein müssen, dann finde ich das relativ beeindruckend, einfach aufgrund der Tatsache, weil du ja tagtäglich Musik machst, auch mit anderen Leuten halt, also im Studio. Und ich weiß ja, wovon ich spreche, ich muss einfach zugeben selber, dass ich nicht jeden, obwohl ich selber immer in Bands gespielt habe und das auch nie missen möchte und das ein großer Teil auch von meinem Leben ist, aber ich muss zugeben, dass ich nicht immer Bock habe, Musik zu machen einfach nebenbei, weil ich halt den ganzen Tag Musik mache und Musik höre und sich mein, ja, das Bedürfnis, kreativ zu sein, manchmal nicht so mehr wirklich ergibt. Also es ist unterschiedlich, sagen wir es mal so, aber oft ist einfach so der Akku leer, weil ich ihn in andere Projekte gesteckt habe, so die Energie. Verspürst du dauerhaft trotzdem diesen Drang oder ist es tatsächlich auch so phasenweise? Also wo ich mich selber ertappe ist, dass ich tatsächlich wenig Musik dann in meiner Freizeit höre, wenn gerade viel los ist, entweder im Studio oder bandmäßig. Also dann fahre ich zum Beispiel vom Studio nach Hause und ich merke, ich genieße einfach die Ruhe oder das Sohn vom Auto. Oder wenn ich dann daheim bin, irgendwie einen Film schauen, ich achte auch nicht auf die Musik oder so, sondern einfach nur irgendwie ausschalten. Das sind dann die Momente, wo ich, glaube ich, so ein bisschen dann wieder auflade, um dann wieder richtig kreativ werden zu können und irgendwie das richtig zu, richtig die Zeit zu nutzen, da abzuschalten und das wirklich irgendwie mir nicht auf den Keks gehen zu lassen. Das ist ultra wichtig. Also das Gleiche hier, also ich höre viel mehr Hörbücher, Hörbücher, Podcasts oder gar nichts als Musik. Die meiste Zeit, je nachdem, wie viel halt los ist, aber meistens ist gut was los, Gott sei Dank, und dann ist das halt so. Und diese Ruhe, ja, bei mir, also wenn ich nicht rauskomme zum irgendwie Radfahren, Spazieren, Wandern, Laufen, keine Ahnung, irgend sowas, dann fällt es mir echt schwer. Ich bin auch, glaube ich, einer von den wenigen Menschen, die ohne, heutzutage ohne Kopfhörer und ohne irgendwas im Ohr laufen, spazieren gehen oder Radfahren gehen. Die meisten hören ja irgendwas dabei, aber ich mache das bewusst nicht. Ich will gar nichts hören dabei. Ich will einfach den Vogel zwitschern hören vielleicht, aber sonst nix. Absolut, das geht mir genauso. Ich habe auch, also ich tue mich echt generell schwer mit Kopfhörern und Handy, weil es immer irgendwo rumliegt und immer irgendwie sich verheddert. Und weiß nicht, ich bin einfach zu bequem, um das irgendwie rauszunehmen, zu entheddern. Und also das ist dann wieder nochmal so ein Nebeneffekt, wo ich mir denke, hey, wenn ich draußen rumspaziere oder irgendwas mache, dann einfach keine Kopfhörer. Aber das ist gut so. Erzähl mal vielleicht, bevor wir wieder auf die Platte und so weiter einsteigen, weil da habe ich natürlich noch mehr Fragen zu. Aber vielleicht erzähl mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser Band jetzt. Du hast ja gesagt, du persönlich hattest ja schon andere Bands auch vorher oder vielleicht auch nebenbei immer noch. Aber die Band jetzt im Speziellen, Carid Carter, wie ist die entstanden? Und ja, was ist seitdem so passiert? Einfach, dass die Leute und auch ich selber so ein bisschen einen Überblick kriegen, weil ich tatsächlich, es ist noch nicht lange her, dass ich auf euch gestoßen bin. Also schieß mal los. Also die Band gibt es auch gar nicht so krass lange. Wir haben es jetzt im Vergleich mit anderen Bands. Also uns gibt es seit 2017, Mitte 2017. Genau, wir haben uns zusammengefunden. Da war der Nick mit seiner alten Band, war bei mir im Studio. Und wir haben Sachen aufgenommen und so kam der Kontakt zu ihm quasi her. Also ich habe ihn vorher tatsächlich gar nicht gekannt. Also indirekt schon halt über irgendwie andere Bands, aber ich habe mit ihm nie direkt Kontakt gehabt. Und dann habe ich noch unseren Bassisten, den Passi, den hatte ich vorher schon gekannt, weil der aus, wir haben mit meiner anderen Band zusammen mit ihm, mit seiner Band getourt und er hat bei uns auch mal ausgeholfen. Und so habe ich ihn dann gefragt, hey, ob er denn Lust hätte auf ein Projekt oder so. Und das hat sich super ergeben. Und der Nick kannte den John über andere Kontakte und so kamen wir eigentlich relativ frisch zusammen. Also wir hatten keine Band schon zusammen oder haben irgendwie andere Projekte schon zusammen gemacht, sondern das war wirklich ein komplett frisches Team, sage ich jetzt mal. Das hat dann eigentlich gut gefunkt, Klick gemacht. Die Songs haben geflutscht. Wir haben irgendwie super zusammen harmoniert und gespielt. Das war einfach, hat super geklappt alles auf Anhieb. Das ging relativ schnell auch auf die Bühne. Und wir hatten auch natürlich viele lokale Shows gehabt, gespielt und fingen dann auch recht schnell an, mit anderen Bands zu touren im Laufe von 2018 und Anfang 2019. Haben wir dann auch mit Bands wie Touché Amoré, Dangerous Summer, The Fame oder mit Dave House getourt und so weiter. Das ging eigentlich richtig, richtig gut voran. Genau. Und jetzt sind wir hier und müssen Touren absagen, weil es jede andere Band leider auch machen muss, aus gegebenen Umständen. Ja. Ja, aber das klingt ja so relativ, ja, dann machen wir halt eine Band und dann lief das so. Also gab es da irgendwie so ein Motiv oder so einen Grund, dass jemand gesagt hat, wir müssen jetzt die Band und zwar genau mit dem Sound und ich will das so. Also gab es da irgendwie so einen speziellen Antrieb oder so eine Vision dahinter? Oder wie ist das entstanden am Anfang? Also die Grundvision war einfach nur Musik, also für mich persönlich einfach Musik zu machen, die ich toll finde, die mir Spaß macht und in dem ich auch gut bin. Also weil ich habe vorher auch in Projekten gespielt, wo du dann gewisse Kompromisse eingehen musst im Sound, in deiner Spielweise und so weiter, wo es dann irgendwie unangenehm wird. Natürlich, wenn man dann ein bestimmtes Projekt über längere Jahre schon macht, will man es nicht sofort aufgeben, aber irgendwann denkt man sich, hey, irgendwie ich will das machen, was mir wirklich persönlich einfach Bock macht. Und das ist mit Kadettkarte einfach eben der Fall. Und bei den anderen dreien ist es nämlich auch so, das ist wirklich den hier Sound, das ist die, ich sage jetzt mal, die gleiche Vision von Ästhetik und Songs und Songwriting. Das ist alles irgendwie so harmoniert. Bis auf paar natürlich Kleinigkeiten, wo mal der andere, eine oder andere in eine andere Richtung stilisch das mal geht. Aber im Prinzip so der Grund, Kern und Sound ist bei allen so das Gleiche. Und das war glaube ich so das Ausschlaggebende, warum es auch so gut funktioniert und funktioniert hat. Macht total Sinn. Und der Name, Kadettkarte, wo kam der her? Äh, das, wir haben einen Namen gebraucht und ja, unser Sänger, der ist ja Halbvaliser und dort nennt man die Grundschüler, das sind die Kadetten, die Kadetts quasi. Und es gibt dann halt eben einen Kadettkater, der dann der Namensgeber war. Mehr ist so, genau. Also so könnte man es sagen. Viel mehr philosophisch oder so gibt es da gar nicht dahinter. Okay, ja super, reicht ja. Die Bands, in denen du vorher gespielt hast oder in denen ihr zusammen auch vorher wart, kann man sagen, was das für Bands waren? Kennt man die vielleicht? Puh, das weiß ich nicht. Also ich kann ja mal die Namen nennen. Weiß nicht, ob das jetzt direkt in den Podcast auch muss. Aber also die eine Band, in der ich spiele, da bin ich nach wie vor immer drin, aber wir sind mittlerweile inaktiv. Das ist About an Arthur. Weiß nicht, ob du die vielleicht kennst. Das ist so eine Metalcore, machen wir so in die Richtung. Und der Passiv vorher hat eben bei Gravity Lost gespielt. Das ist auch so Hardcore-Metal, die Richtung. Und zeitgleich vor Cadet Carter habe ich noch in einer Deutsch-Pop-Folk-Band gespielt, die hießen Löwe. Zuvor, davor Konrad und der Löwe. Weiß nicht, das ist auch, wie gesagt, gibt es seit 2016 auch nicht mehr. Und mit denen war ich eigentlich relativ gut unterwegs. Und da haben wir viel gespielt, auch Deutschland getourt. Und ja, relativ erfolgreich, sage ich mal. Aber irgendwann ging es dann, keine Ahnung, wurde es persönlich nicht mehr so top. Und der Stil hat sich so verändert, dass ich für mich persönlich viele Kompromisse irgendwie eingehen musste. Und das war dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes für mich. Und dann, then I pulled the plug. Ah, okay, alles klar. Aber dann, das finde ich immer ziemlich cool, weil das ist ja eine mutige Entscheidung zu sagen, mir geht es hauptsächlich um die Selbstverwirklichung und darum, dass ich einfach was mache, worauf ich Bock habe. Vor allem dann, wenn man was hat, was eigentlich schon in Anführungszeichen funktioniert oder wenn man quasi darauf aufbauen könnte oder wer auch immer. Dann aber zu sagen, nee, ich will jetzt dieses und jenes machen, was einfach Bock macht und was ich halt gut kann und wo ich aufgehe drin. Auch wenn es heißt, damit quasi wieder von vorne anzufangen oder gegebenenfalls oder halt einfach nicht zu wissen, ob es wen erreicht und was damit passiert, oder? Also es war ja gewiss so eine Ungewissheit im Vergleich zu der bereits einigermaßen erfolgreichen Band. Ja, genau. Einerseits ja. Andererseits ist es halt, ich denke mir immer, wenn du wirklich Lust und Passion in dem hast, was du machst, das spüren die Leute, das riechen die. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann muss entweder schon ganz schön viel Geld fließen, damit man sagt, okay, hey, das machen wir weiter. Oder was halt natürlich zu 90 Prozent der Fälle ist, dass es dann einfach nicht mehr fruchtet auf länger. Und deswegen war ich für mich, für mich persönlich dachte ich mir, hey, ich kann eigentlich nur gewinnen, wenn ich jetzt aufhöre. Es war ja auch nicht so, dass die eine Band noch da war und dann kam Galette Carter rein, sondern das war also zufälligerweise tatsächlich so, die eine Band wurde beendet und zwei Monate später kam, da habe ich dann den Nick getroffen und dann hat es gefunkt eben. Dann macht es ja umso mehr Sinn. Ich habe es eher so verstanden vorher, als wärst du praktisch so vor der Entscheidung gestanden, welche Band, aber dann ist es ja umso klarer eigentlich. Nee, nee, egal, genau, genau. Das war, ja, das war einfach, hat mir irgendwie nichts mehr gegeben und, ja. Wo war vorher so dein persönlicher musikalischer Background dann? Weil wenn du einerseits die Metalcore-Geschichten gemacht hast und so die härteren Sachen und dann jetzt dieses, ja, ich nenne es jetzt mal, wie soll man es nennen? Rock, Indie, Rock. Also du meinst jetzt mit Galette Carter? Ja, genau, also das ist ja so, das ist ja jetzt nicht mehr, eben nicht Metalcore, ganz was anderes halt. Wo liegen so deine persönlichen Wurzeln so? Oder hat sich das eben auch in der Weise entwickelt, wie jetzt die Bands so? Also da bin ich tatsächlich so ein bisschen so ein Chamäleon. Und das ist gar nicht opportunistisch gedacht, weil ich mir irgendwie das spielen möchte, was jetzt irgendwie geht oder so. Gar nicht, sondern ich bin recht offen, was Stile anbelangt. Und recht, ich finde in jedem Stil, also fast in jedem Stil und fast in jeder Musik und Band finde ich irgendwas, kann ich irgendwas Interessantes extrahieren, wo ich mir denke, hey, das ist interessant oder da ist ein Gedanke dahinter oder die Texte sind cool, die Melodien sind cool und so weiter. Und deswegen, also der Rockstil generell, und da zähle ich jetzt mal auch Metal und College Rock und, also wenn man es College Rock nennt, ja, Alternative, sagen wir mal, ich zähle das alles mal jetzt in den Rockbereich rein. Da bin ich so zu Hause, weil ich als Kind auch so, mein Dad hat zum Beispiel Toto gehört und so weiter. Das ist ja schon eher so in die Rockrichtung. Genau. Ich habe ja dann irgendwann Musik studiert in München und an der staatlichen Hochschule und da kannst du eben nur Jazz studieren. Und da ging es los mit, okay, da gibt es kein Rock, sondern da musst du dich halt wirklich mit Jazz und Funk und Fusion befassen und da wurde richtig mein Horizont dann geöffnet, wo ich gemerkt habe, oh krass, okay, es gibt so viel mehr wie nur Rock, sage ich jetzt mal und das war halt, ja, deswegen bin ich da auch so der toleranteste und die liberalste in der Band, wenn es um Ranten von anderen Musikgenres und Bands und Künstlern geht, weil ich dann sage, hey, irgendwo hat sich vielleicht irgendwer immer einen Gedanken gemacht und irgendwie was cool zu machen und das versuche ich irgendwie zu erfassen in jeder Musik und in jedem Genre. Und deswegen ist es für mich auch schwer zu sagen, okay, das ist jetzt meine Lieblingsrichtung oder das ist jetzt, warum ich das Spiel, ich kann Tendenzen vielleicht sagen und erklären und sagen, okay, es war, weil ich früher Rock gehört habe und das ist so die Richtung, die mich geprägt hat, weil ich zu einer bestimmten Zeit irgendwie eben auf so College-Punk gestanden bin und aber ja, das war's. Aber das ist so ein typisches Ding, glaube ich, auch für, ja, so, keine Ahnung, für uns jetzt als Studiomenschen oder Produzenten oder irgendjemand, der ansatzweise sowas macht, ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, dass man in jeder Band oder jedem Genre so was entdecken kann, was man interessant findet. Also ich stelle mir mal vor, wenn wir das nicht hätten, also bei mir geht es ganz genauso und wenn ich das nicht hätte, ich müsste mir ja permanent irgendwie in den Kopf schießen, wenn ich nicht, also, weil du musst ja bei jeder Band, egal wer herkommt, will ich ja Bock haben, will ich ja was schaffen, was schaffen, was geil ist und so und wenn ich da so eine enge Bandbreite an Sachen hätte, die ich akzeptieren kann, dann würde es mir mit vielen Leuten mega schwer fallen, was zu erschaffen. Also allein da, glaube ich, ist bei dir auch so, ist es schon eine gute Grundvoraussetzung, in allem was finden zu können, wo man darauf aufbauen kann, was interessant ist irgendwie. Ja, absolut, absolut, das stimmt, ja. Das ist, ja, ich enttappe mich dann, wenn mal irgendwie das Radio läuft und, keine Ahnung, irgend so ein Chartsong läuft, den ich persönlich jetzt nicht cool finde, aber irgendwie poppt dann da was raus, wo ich mir denke, hey, das ist eigentlich ganz cool, so. Ja. Und das ist dann, ja, ja, und da bin ich dann natürlich allein auf dieser Front, wenn es dann mit den anderen Jungs dann irgendwie hergeht, die dann alles dann schlecht finden und irgendwie, das ist kacke, das ist kacke. Ich halte mich dann immer raus. Oh Mann ey, wie oft habe ich diese Diskussionen schon gehabt, auch so dieses, dass grundsätzlich Pop immer, immer schlecht ist, beziehungsweise, dass es so einfach ist und das kann ja jeder und das sind ja bloß immer diese simplen, einfachen Strukturen und ich denke mir immer so, ach, ich will gar nichts dazu sagen jetzt, weil, also das Zeug funktioniert ja aus einem bestimmten Grund und das sowas zu schreiben und zu machen, dass es funktioniert, ist so verdammt hart und alle die, die immer sagen, das ist ja so einfach und das kann ja jeder, wenn es so wäre, hätten die halt alle Hits geschrieben so und das, Richtig, richtig, genau, ja. Aber ja, aber ja, total, also ich kann das auch total nachvollziehen, aber man muss auch den Leuten wiederum eingestehen, wenn man sich nicht täglich mit Musik so auseinandersetzt, dass man die halt zerlegt, analysiert und damit arbeitet und so, dann hat man vielleicht auch einfach einen ganz anderen, objektiveren Zugang zu der Musik und dann trifft man eine schnelle Entscheidung, gefällt mir oder gefällt mir nicht und das ist auch völlig okay. Also das ist das, was uns dafür im Gegenzug vielleicht ein bisschen verloren geht, dass ich einfach nicht mehr so, weiß nicht wie es dir geht, aber so uneingeschränkt, objektiv und ganz offen Musik hören kann, weil sich sofort so ein kleiner Analyse-Modus einschaltet, der das halt anders hört als ein normaler Musikhörer, sag ich jetzt mal, was auch manchmal schade ist, weil manchmal würde ich einfach nur gern mit Bauchgefühl Musik hören und nicht drauf achten, wo die Kick sitzt oder wie die Snare klingt oder sonst irgendwas. Ja, genau. Also bei mir ist das insofern da, dass ich versuche, das aktiv abzuschalten und ich merke es dann da, wenn dann jemand mich drauf anspricht, hey, wo hast du gehört, dass das gerade voll schief klang und ich dann so, ich habe jetzt nicht genau hingehört, also ist mir jetzt so direkt nicht aufgefallen. Also ich habe das Gefühl, ich habe es langsam, langsam wieder abgeschaltet oder kann es an- und ausschalten, wann ich aktiv zuhöre, wann ich analysiere und wann nicht. Aber wie du sagst, ein bisschen ist es immer da und ein kleines Täufchen sagt immer, hey, hörst du das jetzt da? Hör da mal hin. Ja, aber es ist gut, wenn du das bewahren kannst. Da tue mich ich tatsächlich ein bisschen schwerer damit und ich sehe das immer, ich mache da immer so kleine Experimente bei meiner Frau daheim, so wenn wir irgendwelche Sachen hören, ich achte immer ganz genau drauf, wie sie darauf reagiert, wenn sie zum ersten Mal einen Song hört und das ist halt ganz anders als meine Reaktion drauf. Aber da kann man halt so viel lernen, weil halt auch beim Song schreiben oder produzieren, man sich dann immer vor Augen halten kann, so diesen Moment, wenn jemand einen Song zum ersten Mal hört, den gibt es nur ein einziges Mal halt. Richtig. Und dann ist es auch so, dass die einzige Entscheidung, die dann stattfindet oder das Einzige, was dann zählt, ist halt einfach, ist es ein guter Song oder ist es kein guter Song? Alle anderen Sachen sind ja nur Details, um die wir uns kümmern, aber der Hörer, der teilt das Ding in zwei Kategorien ein und entweder ist es geil oder nicht. Richtig, ja. Und das ist dann immer ganz spannend. Letzte Sache zu dem Thema, nur weil es mich interessiert, ob es dir da auch so geht. Kennst du das Phänomen, wenn du jemandem was zeigst, ein Mix oder ein Song, den du gut findest oder irgendwas, so um Feedback zu kriegen und du bist mit der Person im gleichen Raum, spielst es ab und bevor die Person was sagt, nur die Tatsache, dass da jemand ist, der mithört, lässt dich was hören, was du vorher nicht gehört hast? Absolut. Das ist so ein strangest Ding, aber ohne Scheiß, ich gehe oft heim, tue was rein, sage dann zu meiner Frau, hör das kurz an und bevor sie überhaupt was sagt, sage ich, danke, reicht schon, ich weiß Bescheid. Absolut, das ist, ich habe letztens irgendwo über genau dieses gleiche Phänomen einen kurzen Artikel gelesen, irgendwer hat darüber gequatscht und dann habe ich mir gedacht, ja krass, stimmt, das ist wirklich so, wenn jemand einfach da sitzt in der Regie oder wenn du es jemandem zeigst und er hockt daheim, deine Analysemaschine im Kopf rattert so 30 Mal mehr und du dir denkst, oh oh shit hier und oh shit da, oh oh, das nicht, und vorher dachtest du dir, ja passt, passt, ja absolut, das stimmt, ja echt weird. Ja, total, wenn du jetzt so aus, was Songwriting bei euch betrifft, bist du da auch sehr involviert dann oder ist dein Part tatsächlich so, das Technische, die Umsetzung, das Produzieren, wie schaut das bei euch aus? Wie definiert man Songwriting? Also ist das Songwriting, wenn Text und Melodie steht, sage ich jetzt mal, oder ist Songwriting den Song auszuarbeiten komplett? Also, weil wenn es darum geht, den Song auszuarbeiten, dann sind wir alle recht involviert, ich meine, wenn es zu meinem Part quasi jetzt, dass ich den Groove dazu schreibe, dass ich irgendwie sage, hey, den Part ein bisschen länger oder der Groove könnte besser passen oder die Kick hier und da, oder diesen Akzent. Wenn das natürlich Songwriting ist, dann absolut, sind wir alle involviert, bin ich auch involviert. Wenn es aber nur im Kern des Songwritings, also Akkorde, Text und Melodie, dann sind wir natürlich ein bisschen weniger involviert, weil das kommt natürlich viel hauptsächlich von Nick, der da auch einen sehr guten Job macht. Er hat echt super Gefühl, was Songs und Melodien und Texte anbelangt. Also da bin ich echt happy mit ihm. Da sind wir natürlich weniger an sich involviert und ich habe persönlich auch nicht den Ansporn zu sagen, hey, ich muss jetzt Text schreiben oder ich muss jetzt eine Melodie irgendwie erfinden. Wenn mir eine tolle Melodie in den Kopf kommt, ja, ich unterbreite sie den Leuten. Wenn nicht und es jemand anders besser macht, dann arbeiten wir damit. Das ist, also ich nehme immer das, was besser ist. Das ist auch wieder so ein Ding, das du, glaube ich, aufgrund deiner Erfahrung und deiner Tätigkeit so machen kannst, weil das können auch lang nicht alle Musiker, aber klar, ist die gesündeste Einstellung zu dem Ganzen. Ich muss dir aber recht geben, so dieses Gespür für Melodie und Texte und so weiter, das war eins der Dinge, die mir sofort positiv bei euch aufgefallen sind, als ich das gehört habe. So die Songs funktionieren einfach. Also es gibt so Songs, da du hörst halt zu, hörst, je nach dem, je nach Genre, versteht man es mal auf Anhieb besser, mal weniger, worum es inhaltlich geht, aber in dem Fall ging es gut und du achtest darauf, worum geht es in dem Song, wie fühlt sich der Song an und es passt einfach, das passt einfach gut zusammen, verbreitet eine gewisse Stimmung. Da gebe ich dir recht, das ist ein Glücksfall, so jemanden dann in der Band zu haben, der das so kann und macht. Ich habe ja auch so ein kleines bisschen Hintergrundinfo zu dem Album bekommen und da stand, da fand ich eine Sache ganz interessant. Ja, da ging es um das Perceptions, das Album, das jetzt dann kommt, also das zweite Album für euch ist. Da ging es um die Single A Bad Few Weeks und da habe ich gelesen, so, dass, ich glaube, der, der da spricht, in dem Fall ist Nick wahrscheinlich, dass Nick davon spricht, eine miese Phase durchgemacht zu haben und das dann in dem Song so zu verarbeiten und dass er deswegen denkt, dieser Song ist, ja, da können die Leute sich damit gut identifizieren, weil es halt einfach so ein ehrlicher Song ist und es halt wirklich aus der Situation, die er gerade durchgemacht hat, so entstanden ist und weil es eine Situation ist, die viele Leute vielleicht auch nachvollziehen können, funktioniert es. Denkst du, ist das so ein Schlüssel, dieses authentische Verarbeiten von irgendwas, was man selber einfach gerade erlebt, anstatt sich jetzt irgendeine Story aus den Fingern zu sagen? Absolut. Ich sage es mal so, die besten Songs entstehen bei schlechtem Wetter und mit Herzschmerz. Gut, das ist jetzt sehr plakativ und sehr klischee-mäßig, aber ich habe auch mit anderen Songwritern tatsächlich da schon mal drüber diskutiert und die meinten auch, also du brauchst eine gewisse Motivation, also je nach Mood vom Song, wenn es jetzt ein Happy Mood ist und so weiter, da ist es, sage ich jetzt mal, einfacher irgendwie was zu schreiben, als wenn es jetzt irgendwie was Tiefgehendes ist, was dich berührt, was du erlebt hast. Also das ist absolut so ein Ding, wenn du ein Erlebnis hattest oder hast oder gerade was durchmachst, dass du dann in dem Song, dass der Song so ein bisschen zum Teil deine Therapie auch ist und das dann auch kanalysierst. Also das, finde ich, trifft absolut zu. Ich stelle mir da mal die Frage so, was, also ich stelle, also ich persönlich weniger, aber ich habe öfter so dieses, dieses Gespräch auch gehabt mit Leuten, die dann sagen, naja, das ist alles schön und gut, wenn jemand jetzt gerade was Tragisches durchlebt oder irgendwas passiert ist oder einfach von Haus aus ein spannendes oder turbulentes Leben hat oder irgendwie so, dann ist das vielleicht einfach, da über seinen, über den Ist-Zustand zu schreiben, aber ich habe jetzt nichts großartig Aufregendes, worüber ich erzählen kann oder ich habe jetzt nichts zu sagen und dann haben die Leute das Gefühl, sie müssen sich irgendwie eine Story ausdenken oder über irgendwas singen, was vielleicht spannend sein könnte und ich weiß nicht, wie du da drüber denkst, aber ich glaube, man kann die einfachsten alltäglichen Dinge so erzählen, dass es eine coole oder eine spannende Story ist, weil jeder hat ja so auch in jedem einzelnen Tag so ein Auf und Ab oder so Erlebnisse, die einen doch irgendwie berühren oder beschäftigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich denke mal, euer Leben oder das von Nick oder so ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ausnahmslos das Spannendste auf der ganzen Welt, sondern da wird halt, er verarbeitet halt geschickt Phasen, die durchaus schwierig sind, aber er macht es halt auf eine Weise, dass es einfach, ja, dass es halt funktioniert. Wie denkst du da drüber? Puh, also bei Filmen gibt es ja Filme, die auf wahre Begebenheiten beruhen und es gibt einfach fiktionale Filme und weder das eine noch das andere ist gut oder schlechter. Beim einen muss man halt was erfinden und das andere ist irgendwie passiert. Deswegen glaube ich einfach, dass beides, wenn jemand von Haus aus ein weniger spannendes Leben hat, dann muss er halt gute Geschichten erfinden und deswegen denke ich, dass beides irgendwie seine Berechtigung hat und beides irgendwie funktionieren kann und auch eben funktioniert, weil, ja, weil, also Nick hat jetzt natürlich kein, er hat jetzt kein furchtbar schlimmes Leben oder ist nicht irgendwie, hat nichts krasses, fatales in seinem Leben jetzt erlebt, wo man sagt, okay, der hat jetzt nicht in einem Kriegsgebiet gelebt oder so, also wenn man es jetzt mal so extrem ausdrückt. Ich meine ja diese Extreme, genau. Genau, genau, richtig. Deswegen, aber es gibt ja trotzdem Sachen, die einen beschäftigen und die man für emotional, glaube ich, wichtig und gravierend empfindet, die vielleicht für jemand anders gar nicht so gravierend wären. Aber wenn man die dann verarbeitet, dann ist es auch vielleicht für einen selber einfach ein gutes Mittel da, das nach außen zu tragen. Wie setzt ihr das musikalisch um, solche Themen? Also spielt das für euch vorher schon eine Rolle oder steht der Song, bevor er den Text dazu packt? Also praktisch, versucht ihr dann diese Stimmung oder dieses Thema, das Nick dann sehr persönlich wichtig ist, das er verarbeitet hat drin, versucht ihr das musikalisch zu untermalen, zu umrahmen irgendwie? Nicht mit dem Kopf. Also es ist, bei mir zumindest ist es nicht so, dass ich weiß, okay, es ist ein trauriger Song oder es hat eine bestimmte Thematik und versucht dann künstlich irgendwelche Sachen da reinzutun, die das unterstützen. Nee, gar nicht. Also ich versuche einfach irgendwie coole Sachen mit einzubauen, die mir, die ich von meinem Bauchgefühl passen für den Song und für den Charakter jetzt finde. Das ist eigentlich, das, ja, so einfach läuft es bei mir im Prinzip und dann, genau, entweder es passt oder es passt nicht und, ja, ist relativ unspektakulär eigentlich. Aber das ist ja auch wieder gut, das ist ja wieder bei der Intuition und bei der Authentizität. Ich will nur, ich versuche nur herauszufinden, wieso mich jetzt zum Beispiel dieses Album, und das kann ich echt ehrlich behaupten, einfach von Anfang an so schon gepackt hat, einfach mitgenommen hat so ein bisschen. Das ist halt nicht immer so. Manchmal brauche ich so drei, vier Runden, um reinzukommen und da war es einfach so, das hat sich einfach gut angefühlt. Und ich versuche gerade herauszufinden, woran das in dem Fall wieder liegt und vielleicht ist es genau das, weil es einfach Bauchgefühl, Intuition ist und dazu die authentischen Texte und es funktioniert einfach so irgendwie. Bevor dieses Projekt losging, Kadett Kater, habe ich mir vorgenommen, das zu machen, was ich aus dem Bauch heraus für richtig empfinde, musikalisch. Und nicht darauf zu achten, hey, könnte es dieser Gruppe gefallen, könnte es dieser Gruppe gefallen, könnte es im Radio laufen, könnte dies, sondern, hey, da scheiße ich jetzt drauf, sondern ich mache einfach das, was ich auf dem Bauch heraus cool empfinde und gut finde und das, genau, deswegen ist es, für mich funktioniert es so gut und vielleicht berührt es auch deswegen eher. Das, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, dass ich, glaube ich, das Gefühl habe, dass Leute es riechen können, wenn man nicht das aus Passion macht, was man macht. Und deswegen kommt es dann auch an. Und wenn man das dann wirklich aus Passion und aus selbstloser, herzenslos macht, dann spürt man das auch. Und da kann der Funke, glaube ich, auch überspringen. Und das ist, glaube ich, wirklich bei jedem Künstler so, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich der ist. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin komplett deiner Meinung. Ich denke aber, dass das trotzdem dann halt unterbewusst, aber es ist trotzdem dann irgendein Publikum immer im Kopf und wenn das Publikum nur man selber ist, aber dann schreibt man in dem Fall halt die Songs für sich selber oder für jemanden, der einem selber ähnlich ist. Aber man hat ja trotzdem so eine Vision oder grob irgendwas in seinem Kopf, wo man hin will, was man machen will. Nicht, um jetzt erfolgreich zu sein oder so, aber um eine bestimmte Emotion auszulösen oder ein bestimmtes, einfach, dass der Song sich auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Einfach, dass man selber dieses Gefühl hat, wenn man den Song hört. Und ich bin da immer hin und her gerissen, weil ich gebe dir recht, so mit dem, es ist ganz schwierig, einen Song zu schreiben. Das können viele Leute natürlich ganz besonders gut, aber es ist sehr schwierig, einen Song zu schreiben unter der Prämisse, dass eine bestimmte Zielgruppe den nachher kaufen soll. Das geht, aber es ist schwierig und wird es wahrscheinlich anders. Es ist halt eine komplett andere, Herangehensweise, als du es jetzt beschrieben hast. Aber ich finde, auch wenn man das jetzt komplett ignoriert, dass man dann trotzdem nicht einfach ins Blaue irgendwelche Töne spielt, sondern ja trotzdem im Kopf, also ich zumindest, vielleicht ist das bei dir auch ganz anders, aber ich stelle es mir immer so vor und ich denke, dass es nicht schade, trotzdem im Kopf so eine grobe Vision zu haben oder ein Gefühl zumindest, das man erreichen will, sodass man irgendwas hat, womit man das, was man gerade macht, abgleichen kann und beziehungsweise es ist echt ein schweres Thema, also weniger dieses Publikumsthema, dass es jemand kauft, aber ich stelle mir schon so einen Mensch vor und wenn es nur eine Kopie von mir selber dann ist, der das dann hört und wo ich mir dann denke, was empfindet der wohl, wenn er das hört? Ja, absolut doch, das ist schon auch so, also spätestens dann, wenn man irgendwie eine Skizze aufnimmt und dann beim Heimfahren das irgendwie auf die Anlage tut, dann tritt das genau ein und dann denke ich mir, okay, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht und deswegen meinte ich auch, also es muss mir zuerst gefallen und egal wie komisch es klingt oder wie eigenartig es vielleicht ist, wenn es mir gefällt, dann nehme ich es. Das ist aber super, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand auf der Welt oder eine Gruppe von Leuten auf der Welt ähnlich empfindet wie du, ist ja relativ groß, wir sind zwar alle individuell, aber wenn es wirklich für dich selber passt, wenn du es wirklich geil findest, dich es wirklich berührt, dann ist wahrscheinlich irgendwo noch jemand, dem es so geht. Ja, das ist spannend, das ist total interessant. Ich bin da ganz vorsichtig auch mit richtig und falsch, weil das so individuell ist und es gibt auch genügend Gegenbeispiele von Menschen, die das komplett nach Fahrplan machen und es auch super funktioniert. Deswegen finde ich es einfach nur interessant, immer die unterschiedlichen Ansätze zu hören und ich bin immer so ein bisschen dazwischen. Ich liebe Pläne grundsätzlich, ich bin einfach der Mensch, der gerne weiß, der vorher einfach weiß, was er Schritt für Schritt macht, um irgendwo hinzukommen. Aber gleichzeitig, muss ich auch zulassen, einfach mal zu machen, was mir halt einfach selber am Ende gefällt und das dann nicht zu hinterfragen, weil wie du gerade gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses, wenn es mir gefällt, nehme ich es auch. Das muss man dann schaffen in dem Moment. Dann darf man nicht hergehen und sagen, okay, mir gefällt es jetzt zu 100%, aber wird das auch den Leuten, die es dann hören, denken die vielleicht anders als die mit dem Grund oder so. Wenn man dann anfängt, das zu hinterfragen und wieder rückgängig zu machen, als Angst davor, dass es die anderen eben nicht so sehen, das ist dann, finde ich, gefährlich. Ich glaube, man muss da völlig furchtlos sein und einfach sagen, wenn es mir wirklich taugt und ich überzeugt bin davon, dass es das macht, was ich will, dass der Song macht, dann raus damit und halt hoffen, dass es dann einfach, dass es klappt. Genau, richtig. Und das, wie du es exakt gesagt hast, das ist so der Ansatz, den ich jetzt auch verfolgt habe oder halt eben jetzt die letzten paar Jahre auch verfolge, weil es eben auch mit den Bands davor halt nicht so war, sondern da war es teilweise, vor allem mit der Popband, da war es wirklich so, hey, versuchen da irgendwie Sachen zu machen, die der Masse jetzt, sage ich mal, gefallen und dann, wenn man selber dann da nicht so dahinter steht, dann, also für mich persönlich hat es einfach nicht funktioniert. Okay. Was fällt dir zu Perceptions so allgemein? ein, also wie gesagt, bei mir ist es noch relativ frisch alles so das Album, ich habe es jetzt noch nicht hundertmal gehört, es zieht sich für mich so ein roter Faden durch, also soundmäßig sowieso, dann auch dieses lyrische Thema, wie der Name ja schon sagt, dieses Betrachten und Bewerten von Dingen und dass Menschen das unterschiedlich tun und wie du auch vorhin gesagt hast, dass jeder auch so bestimmte alltägliche Dinge ganz anders wahrnimmt und dass für jeden ungefähr nicht das gleiche ist und jeder anders damit umgeht, sowas zieht sich durchs Album für mich. Gibt es Besonderes, was ihr noch damit verbindet, dass man jetzt das Außenstehende vielleicht auf das erste Mal hören gar nicht so merkt oder fällt dir irgendwas ein, was ihr da noch reingepackt habt, was ganz besonders wichtig war und damit das Album funktioniert? Also hauptsächlich eben die Phase, wo unser Sänger eben seine Off-Phase hatte, das war ja zwischen Mitte, Ende 2018 bis Anfang 2019, da hat er einen kleinen Durchhänger und das ist so, deswegen ist ihm ja auch dieses Bad Few Weeks so wichtig und das finde ich auch, war für uns als Band ausschlaggebend, dass wir das sehr gut überwunden und verarbeitet haben und wir auch, finde ich, den Nick auch gut aufgefangen haben, ohne ihm irgendwie Druck zu machen, weil das war mir und uns auch wichtig, dass wir da jetzt nicht sagen, hey, du kannst jetzt nicht einfach raufhören, sondern wir müssen weitermachen, sondern gesagt, hey, Dude, dann chill mal und wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, dass wir das gut überwunden haben, ist, glaube ich, ein großer Teil von dem Album, was jetzt natürlich, ja, das kann man jetzt nicht, ja, für die Leute nach außen ist es natürlich ein ganz kleines Ding, die hören sich die Songs an und das sind verschiedene Thematiken, aber für uns ist es, und für mich persönlich auch, hey, wir haben das trotzdem im Ganzen, was da war, einfach super durchgeschafft und ein Top-Album gemacht. Ja, genau, deswegen frage ich so, weil es geht mich ja gar nichts an, was war und so, aber man liest sich halt so, als wäre es tatsächlich halt so für euch keine Kleinigkeit gewesen und manchmal kommt das nicht, manchmal weiß man als Zuhörer gar nicht so wirklich, was da tatsächlich da drin steckt und so und in dem Fall, ich als jemand, der jetzt diesen Promotext gelesen hat, dachte mir dann schon so, da scheint eine tiefere Geschichte dahinter zu sein und du hast ja gerade erwähnt, bedeutet euch dann auch einiges natürlich, ja. Also der Nick hat das auch jetzt letztens vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast tatsächlich auch erzählt, ein bisschen darüber, im Uncle M Podcast, da kann man es auch ein bisschen erhören, worum es da ging und was ihn da so bedrückt hat, genau, ohne jetzt irgendwie groß das auszuschweifen. Ja. Ne, es geht ja einfach nur darum, ich fände es immer total wichtig, weil man dann auch wiederum, wenn man solche Infos hat, wieder vielleicht ein bisschen anders hört oder vielleicht manche Songs einen noch mehr berühren oder so, also ich komme immer auf den Typ Mensch an, aber bei mir geht es zumindest dann so, dass ich mich dann, weiß ich nicht, dann wird ein Song unter Umständen nochmal stärker irgendwie. Ja, richtig, du nimmst es dann subjektiver wahr, dann ist einfach eine Story dahinter und wie, ja, wie in einem guten Film auch, wenn, die Bilder können noch so toll sein, wenn es dich nicht berührt, dann findest du den Film auch nicht toll, dann, ja, gut, mei, aber wenn du dich wirklich da reinleben kannst und verstehst, dann ist es was ganz anderes. Gab es denn, abgesehen vom eigenen Bauchgefühl und dem, was man selber musikalisch machen will und den Anflüssen, wie gesagt, textlich und so, gab es da irgendwie große Vorbilder oder Referenzen, an denen man sich im Schaffensprozess auch immer mal wieder orientiert hat? Ein guter Sound. Aber jetzt keine spezielle Gruppe von Bands oder eine spezielle Band oder irgendwas, was vielleicht immer so euch begleitet hat oder wo ihr immer mal wieder so, ja, so quer gehört habt? Also, generell sollte sich das Album zwischen Ende 90 und Ende 2000 so bewegen soundlich. und also, ich bin ja persönlich großer Fan von amerikanischen Produktionen, auch Sound-Ingenieur-mäßig, ich bin da, ich stehe da einfach voll drauf und ja, das ist so, es soll nicht zu modern klingen, es soll nicht zu plattgedrückt klingen, aber es soll auch nicht zu 90er-mäßig klingen. Also so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Alben von 2008 oder so anhöre, 2009, ich höre da nach wie vor sehr gute Platten, wo ich mir denke, hey, die könnten heute auch laufen. Also rein von der Sound-Ästhetik her. Wohingegen der Unterschied zwischen Ende 90er und Mitte 2000, da war schon viel, viel krasser Unterschied. Also, deswegen so, da natürlich einen Querschnitt zu finden, was irgendwie beides so ein bisschen bedient, ist natürlich schwer, aber das war so der Ansporn, dass es so in dem, in der Zeitspanne reinfällt, soundlich und irgendwie von der Ästhetik her. Ja, gebe ich dir total recht, ich finde es aus dem Grund immer so extrem krass, wie es einfach sein kann oder wie, also ich, das sind alles der beeindruckendsten Dinge überhaupt für mich, wie Jimmy Eat World 2001 diese Bleed Americans so klingen lassen konnten oder halt das Team da rundherum, wie die Platte klingt, weil das ist so die Ausnahme für mich. Da hat zu dem Zeitpunkt hat alles andere nämlich nicht ansatzweise so geklungen wie die Platte. Ja, richtig, richtig. Das ist unfassbar aus heutiger Sicht, weil das ist so ein Ding, das funktioniert heute immer noch eigentlich und das klingt unfassbar modern eigentlich, aber so in der Ära, wenn man so mal vergleicht, was da sonst in der Richtung draußen war, das ist Tag und Nacht, das ist Wahnsinn. Absolut, ja, das stimmt. Was macht denn für dich einen zeitlosen Sound so aus, dass du sagst, du willst, dass es modern klingt natürlich, aber du willst jetzt auch wahrscheinlich eben nicht, dass jemand dann eben in zehn Jahren sagt, naja, so haben halt damals die Platten geklungen so, sondern das soll ja dann auch noch funktionieren. Was macht denn für dich so einen modernen, aber irgendwie trotzdem auch zeitlosen und nicht so klischeehaften Sound aus? Dass es sich lange hält. Das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich lebe jetzt in einer Generation, wo ich den Sound von Anfang 2000er, Mitte 2000er bis jetzt gut finde. So, wenn jetzt, wenn ich mir jetzt aber Platten aus den 70ern anhöre, dann haben diese Platten alle irgendwo ähnlich geklungen. Das heißt, es war für sich, die guten Songs und die Songs, die man nach wie vor hört, sind die ja auch irgendwo zeitlos. Aber trotzdem weißt du, okay, es war aus der Ära. Und ich glaube, da ist es schwer zu sagen, soundmäßig Zeitloses zu schaffen. aber was man natürlich schaffen kann, ist zeitlose Songs zu schaffen, dass man irgendwie, dass der Inhalt und die Melodien auch Leute nach 20 Jahren, 40 Jahren noch ansprechen und noch toll klingen. Was ja jetzt Songs von vor 40, 50 Jahren auch noch machen. Ja. Obwohl man weiß ganz genau, okay, hey, das ist von da und da aus der Zeit. Ja, stimmt. Es gibt aber da auch Negativbeispiele für mich. Es gibt so bestimmte, wo wir vorhin bei Metalcore waren zum Beispiel. Nicht, dass ich das Short generell nicht mögen würde. Es gibt da auch ganz super Gutsachen sogar, aber es gibt so gerade im Anfang 2000er, in diesem Jahrzehnt, gibt es ein paar so Platten. Die habe ich damals total mega geil gefunden. Und wenn ich die jetzt höre, das ist so, da merkst du sofort, von wann die Platten eben sind, dass es aus dieser Ära eben ist, dieses typische Metalcore-Ding, das damals aufgekommen ist und groß geworden ist, das danach dann wieder ein bisschen organischer wurde oder ein bisschen anders klingt jetzt wieder. Aber es gibt so, keine Ahnung, so ein paar Jahre, wo einfach, da weiß ich einfach instant, das ist aus dieser Zeit und da finde ich es eher nicht so ganz gut. Das ist jetzt nicht so wie bei den 70ern, dass ich sage, ja, meinst du hast geklungen, es funktioniert aber voll. Sondern da ist es mir fast schon ein bisschen zu, keine Ahnung. Aber ist es, ist es, weil du dich weiterentwickelt hast in deiner Hörgewohnheit und in deiner, in deinem, in deinem Job quasi? Weil das ist mir nämlich auch so ähnlich aufgefallen, wo ich, ich habe eine Platte im Kopf gehabt, ich habe die lange nicht mehr gehört und ich, du hast ja immer so ein bestimmtes Bild in deinem Kopf oder ein emotionales Bild vom Sound in deinem Kopf, also bei mir ist es zumindest so. Und ich habe mir die Platte dann angehört, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, und dachte mir dann, boah krass, es klang nicht so schlecht in meiner Erinnerung. So, und das ist glaube ich so, so, wo ich mir denke, hey, hört es aber dann der, ich nenne es jetzt mal der Laie, hört der es dann so, wie es in meiner Erinnerung ist oder war. Das ist halt eben, das ist der Punkt. Das geht mir total so. Da gibt es aber, also geht mir voll so, weil zum Beispiel so mit die Bands, die ersten Bands, die ich super geil fand und gehört habe, so als ich irgendwie mit 13, 14 Skateboard gefahren bin und keine Ahnung, dann waren das halt Pennywise, NoFX, Legwagon, so die 90er Punk-Bands und sowas und dann, keine Ahnung, Anfang 90er, Mitte 90er Punk-Rock-Alben klangen ja zum Teil auch schrecklich, also rein technisch jetzt gesehen, das ist schrecklich, aber halt anders als heute, lang nicht so modern und dünn und aus heutiger Sicht würde man sagen, also nicht eben gut im Vergleich. Ja, genau. Das war mir damals völlig scheißegal, ich fand die mega geil, die Platten alle. Manches davon, also jetzt rückblickend denke ich mir, das ist mir nie aufgefallen, dass das Zeug so klingt, also das ist mal das eine, was du jetzt sagst, dass dir das dann später erst auffällt. Gleichzeitig aber ist es in dem Fall bei mir nicht negativ behaftet, weil die emotionale Verbindung von mir zu diesen Platten und was die halt ausgelöst haben bei mir so da ist, dass ich die halt immer noch geil finde, auch wenn die so klingen. Also ich würde jetzt selber sowas nie so klingen lassen, vermutlich heute, aber es stört mich jetzt nicht, weil ich eine positive Erinnerung damit verbinde, weil die Platten müssen für mich so sein, die dürfen gar nicht anders klingen, die sind so und so müssen die immer sein. Und bei anderen Sachen eben, jetzt wie beispielsweise bei dieser Battlechor-Phase, die ich auch mitgemacht habe und das mir auch total gefallen hat, da ist es komischerweise anders. Da ist es so, dass ich die Songs immer noch, also auch dieses Nostalgische zwar ein bisschen habe, aber da denke ich mir dann so, ach, klanglich ist es irgendwie, keine Ahnung, ist mir zu, zu, ich finde das richtig Adjektiv gar nicht, aber keine Ahnung, das zu kitschig vielleicht manchmal oder zu, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll, das ist irgendwie ein Unterschied, aber keine Ahnung, woran es liegt. Ja, also ich glaube, die Songs, mit denen du dann ein bestimmtes Erlebnis hast oder was mit einem bestimmten Erlebnis behaftet sind, das sind dann die zeitlosen Songs. Die mutieren dann zu zeitlosen Songs und deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, wie macht man oder was ist denn die Idee eines zeitlosen Songs, sondern das entsteht dann über die Zeit eben. Ja. Es ist, ja, so blöd es auch klingt, aber ja, deswegen, ich kann es, ja, ich kann es dir jetzt nicht sagen, warum ich den Sound so oder warum ich den so machen wollte oder gemacht habe. Es ist einfach, das war aus dem Bauchgefühl heraus und ja, ich finde es super und ich hoffe, ich finde es nach fünf Jahren immer noch super. Ja, ich finde auch, ich finde auch, dass die Platte hervorragend klingt, also auch da, Hut ab tatsächlich, fand ich wirklich total super und da würde ich mich jetzt natürlich, ich habe da ein bisschen damit gewartet, mit dem ganz neuerigen Zeug anzufangen, jetzt in der Episode, sonst verlieren wir die Hälfte der Hörer gleich am Anfang schon wahrscheinlich, aber mich persönlich, das sind natürlich solche Dinge auch wieder. Gab es für dich da ein Motiv, was das betrifft oder war das auch eine reine Bauchsache, wo du klanglich hin wolltest damit? Also du hast vorhin ja gemeint, die Prämisse war ein guter Sound und dieses eben, diese Ära, wo du gesagt hast, so würdest du gerne, das hättest du gerne, dass das klingt, aber gab es so ganz speziell so in deinem Kopf, so okay, ich will das so machen, ich will die Strategie fahren für die Produktion praktisch, ich will das gerne mal ausprobieren oder was war da so das Ziel? Eine Platte, die soundlich ein Vorbild war, ist für mich die, warte mal, wie heißt die, da wo Big Casino drauf ist von Jimmy Eat World, Chase This Light, jetzt hat, das ist soundlich für mich top, der Drum Sound, das ist so mega und da wollte ich so ein bisschen hin, weil das so der Querschnitt ist, finde ich, was ich auch vorhin erwähnt habe, von dem wie, zwischen 90er und modernem Sound, so das ist so, die Drums klingen organisch, aber doch punchy, es ist nichts platt gedrückt und gelimited, wie es bei, also die Platte ist jetzt nicht leise, aber es ist nicht so, so wie, wenn ich jetzt viele Metal und Punk Sachen heute anhöre, das ist teilweise so krass komprimiert und so wirklich gesmasht, was ja auch gut funktionieren kann, ich meine, die Leute mögen es ja, aber für mich persönlich, ich wollte da eher weg und ich wollte es eher organisch haben, ich wollte einen schönen Raumsound haben für die Drums jetzt, genau, das war so der Ansporn, auch die Gitarren sollen nicht zu krass überverzerrt sein, das soll, die Tönen sollen nicht irgendwie mega gepusht und gehypt klingen, der Bass darf schon knurren, das ist der, der am, ich sag jetzt mal, am Mettlichsten klingt von den ganzen Sachen, aber da stehe ich einfach auch drauf. Ja, vor der Kanne. Der Bass, der irgendwie schön angezerrt ist, nicht zu überzerrt ist, aber trotzdem schön wie eine Harley klingt. Ich glaube, dass das, da muss ich kurz einhaken, sonst vergesse ich es nachher, also fand ich jetzt super, dass du das gleiche sagst, ich glaube, das ist so mein häufigster Revisionskommentar, den ich von Bands kriege, wenn ich irgendwelche Platten mische oder mache, also ich glaube, die eine Sache, die am häufigsten auftritt, wenn Bands Revisionswünsche haben oder irgendwas ändern wollen an einem Mix, dass ich dazu neige, Bässe zu sehr, also für viele Menschen zu zerrig, mittig, knurrig oder aggressiv zu mischen, einfach nur, weil ich es halt gerne mag, auch teilweise in Genres, wo es vielleicht nicht so ganz angebracht ist, aber einfach, mir taugt es halt einfach und ich glaube, also das ist so die, deswegen, das feiere ich bei der Platte auch wieder total, das hat mir sofort aufgefallen, dass mir das total gefällt halt, aber ja, ich weiß nicht, ob man da anfällig dafür wird, dass man das dann einfach gerne macht, wenn es auch vielleicht gar nicht so ins Schade passt, aber keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist auch, der Bass ist, wo man es am besten verstecken kann, wie viel man gemacht hat, weil so eine Gitarre oder so eine Lead-Gitarre, da fällt es ja ganz schnell auf, wenn du irgendwie einen bestimmten Delay oder irgendwie EQ zu krass eingestellt hast, dann, das fällt sofort auf, aber wenn ein Bass irgendwie, da kann man schon unterschwellig voll krass Sachen machen und die Leute checken es erst nicht und man denkt sich, yes. Cool, entschuldige, wollte ich nur sagen, weil das fand ich so lustig, dass du es erwähnt hast, aber ja, beim Bass warst du, das war das quasi so das Metalikste an der Sache. Genau, richtig. Gitarren eher schön rund. Genau, schön rund und auch nicht, wie gesagt, da ist auch kein Metal-Amp dabei, da ist kein 5051 oder so, sondern das ist wirklich, das sind Vox-Amps, Fender-Amps und genau, das war es. Vox und Fender haben wir benutzt gehabt. Und auch relativ leise, also verhältnismäßig digital, oder würde ich jetzt sagen, was heißt leise, aber nicht so ganz vorne platziert, also es kommt einerseits durch die Ambience halt auch und durch diesen nicht so, also ja, aber mir kommt es so vor, als wären die Drums, Vocals, sind wirklich da, obwohl die Drums haben zwar einen Raum und so, aber die sind trotzdem, die sind halt da vorne, die Gitarren nimmt man jederzeit wahr, auch die Akkorde und so, aber es ist nicht so, dass du permanent so ein Gitarrenbrett im Ohr hast. Genau, das ist so, was ich auch ein bisschen gemeint habe, also was, wo man heute irgendwie eine Punk- oder eine Metal-Platte rein tut und ich finde es ja auch cool, dieses Fette, dass es dich voll erschlägt und es ist sofort da, das ist mega cool, ich liebe das. Aber wenn ich mir dann so eine Platte durchhöre, ich merke dann richtig, wie meine Ohren dann so, puh, okay, jetzt erstmal ein bisschen entspannen. und bei uns ist es halt, ich meine, es schiebt schon gut, man kann es ja nicht sagen, das sind ja trotzdem verzerrte Gitarren, aber wie du sagst, die sind nicht so, die sind nicht so gehypt vorne dran und voll irgendwie, voll gewidend oder so, sondern das ist wirklich relativ organisch und wirklich so, wie es, so wie die Band spielen würde, wenn du sie jetzt irgendwie auf der Bühne sehen würdest. Gab es da Gegenwind von den eigenen Gitarristen so? Gab es da dieses, wir wollen aber die US-Gitarren alles vorne haben und jeden einzelnen Anschlag ganz prägnant und bloß keine zu lauten Drums und sowas? Ne, gar nicht. Also das finde ich super, dass meine, ich nenne sie meine Gitarristen, meine Gitarristen da sehr pflegeleicht sind und auch, die kommen auch nicht aus der Metal-Richtung, das heißt, die wollen auch gar nicht so in dieses fette, breite und hey, Brett und gib ihm volle Kanne, sondern das soll dann einfach nur irgendwie schön rund klingen und das finde ich als Ingenieur halt auch irgendwie angenehm und auch herausfordernd, das so zu machen, weil wenn du jetzt irgendwie was gegen die Wand fährst, das, ich sage mal, das kann man irgendwie, da kannst du auch mal was kaputt machen und das stört nicht, aber wenn du es irgendwie schön rund machen sollst und etwas kaputt ist, dann wird es schon ein bisschen schwerer. Ja. Also, genau, ja. Und zu den Vocals, ja, da auch schön präsente, offene Vocals, da haben wir auch sogar ein paar Mikros ausprobiert gehabt, um zu schauen, welches Mikro das beste ist, was für ihn irgendwie für seine Stimme am besten passt und ja, da ist schon recht viel Processing ja drauf, gar nicht so viel Tuning, muss ich zum Glück sagen, der Nick ist relativ stimmstabil, das ist sehr angenehm. Super. Aber ansonsten, ja, halt so das übliche, irgendwie schöne Delays, schöne, ich liebe verzerrte Delays, by the way. Ja. Schöne Hals, nicht zu viel, Chorus auch, ab und zu und das war's. Ganz, eigentlich ganz, keine übermäßig krassen, freaky Sachen. Ist bei dem Mikro-Shootout was ganz, was Abgefahrenes rausgekommen oder bist du bei was gelandet, wo du wahrscheinlich nicht drauf getippt hättest? Ja, also ich wäre mit allen Mikros zufrieden gewesen, wir hatten glaube ich einen Neumann, einen Telefunken und das SM7, die haben wir geout-shootet, shoot-outet. Für mich, ich habe mit, wie gesagt, mit allen arbeiten können, ich finde das SM7 persönlich immer interessant, weil es halt kein Kondensator-Mikrofon ist und dann kann man irgendwie, das kannst du richtig, richtig an die Wand fahren und es klingt noch recht gut. Bei den Kondensatoren muss man ja immer ein bisschen aufpassen, aber es wurde dann, ich dachte mir, hey, damit es wirklich, wirklich überall gut funktioniert, gehen wir doch fürs, fürs, fürs Großmöglichen Kondensator und das ist dann auch geworden, ist auch, fand ich auch recht gut geworden. Ja, ja, absolut, absolut. Ich frage nur, weil manchmal, man weiß es ja nicht, wenn man es nachher hört und manchmal sind es ja ganz, ganz irre Dinge, die dann bei so einem Shootout rauskommen, je nachdem, was man dann vergleicht, aber zur Produktion noch ansonsten, ich habe da, ich habe mir vorhin was notiert, schon vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, was du gesagt hast, wo ich nochmal jetzt bei der Produktion darauf zurückkommen muss, nämlich, du hast gesagt, hier Schlagzeug, Jazz und so weiter, was du dann für dich entdeckt hast oder so gelernt hast dann auch, jetzt ist es so, es mag bei dir ganz anders sein und es klingt auch auf der Platte überhaupt nicht danach, aber ich muss das einfach fragen, jetzt ist es bei mir so, dass sehr oft, wenn ich mit Jazz Schlagzeugern oder Leuten, die Jazz Schlagzeuger waren oder sind oder das gelernt haben, gearbeitet habe, die aber dann im weitesten Sinne härteren Rockbands gespielt haben, dann war es oft so, dass die technisch, von der Koordination her und so mit den Handgelenken und allem wunderbar, super waren und Timing und so weiter ohne Probleme und das war alles top, nur die Spielweise, die man braucht, um diesen Sound einfach zu kriegen, den man für halbwegs moderne Rocksachen braucht und so, das ist oft ein Riesenproblem mit solchen Drummern, weil die halt, wie gesagt, da geht es nicht um die Koordination, da geht es nicht ums Timing und so, da geht es einfach nur darum, dass die halt die Kessel streicheln und das halt nicht den Punch und die Energie hat, wie bei einem Rockdrummer teilweise und da viel zu viel subtiles Zeug drin ist, das vielleicht mega beeindruckend ist, aber halt einfach stilistisch schwer passt und da ist es dann oft schwer zu argumentieren, weil wer bin ich dann einem super guten Jazzdrummer zu sagen, wie er spielen muss und die, aber manchmal kollidiert da, so kollidieren da so ein bisschen die Welten. Hast du da, also musstest du dich da ein bisschen umgewöhnen oder zwischen diesen Welten switchen, wie machst du das dann? Weil du kriegst es ja offensichtlich gut hin, es klingt ja nach punchigen, geilen Drums und eben nicht nach diesem Problem. Also es ist so, ich war während dem Studium immer der, einer der punchigsten. Also ich, ich komme generell prinzipiell vom Rockbereich und habe mich in diesen Jazzbereich reingelernt, sage ich jetzt mal, der mir auch wahnsinnig gefällt und ich spiele das auch wahnsinnig gern. Leider mittlerweile zu wenig, aber ich habe diesen, diesen Rockpunch immer behalten und ich habe parallel auch zum Studium immer in Bands gespielt, wo wir halt Metal und Rock gespielt hatten. Deswegen ging das nie verloren bei mir und ich habe halt natürlich so gut es geht versucht, das zu kombinieren, dass man einfach eine gute, eine proper Technik hat, aber trotzdem irgendwie, hey, hau drauf und spiel das Ding und streichel es nicht. Also das ist, weil, das ist absolut wichtig, dass man die Crashes halt einfach richtig crasht und die, eine tiefe Tom, die klingt halt nur dann richtig geil, wenn du gescheit drauf haust und nicht nur so ein bisschen. Die ist auch hin um die Lautstärke, das klingt halt anders. Genau, genau, richtig, richtig. Und das ist, ich tue mich auch immer schwer, leise zu spielen. Also das war auch immer in der Vergangenheit, wenn man irgendwo gespielt hat und man sollte leise spielen. Klar versucht man es irgendwie, aber das war immer, immer ein Käse irgendwie. Also am liebsten fühle ich mich einfach, wenn man wirklich ordentlich rein schlagen kann und genau, dafür ist das Schlagzeug da. Ja, einfach auch so eine gute Mischung zu finden aus filigranen Sachen unterzubringen, eine gute Technik, aber trotzdem es hörbar zu spielen. Das ist auch ein bisschen die Herausforderung, weil ich denke mir persönlich dann immer, hey, schade, dass ich den einen oder anderen Film nicht so filigran gespielt habe oder da gehen mir die Gusnuss unter, aber da denke ich mir, hey, aber wenn ich das jetzt irgendwie unterbringen versuchen würde, dann wäre es halt schon nicht so, würde es nicht so klingen, wie wenn du halt wirklich ordentlich reinschlägst. Also das ist tatsächlich, da hast du absolut recht. Ich merke es auch an anderen Drummern, die im Jazzbereich spielen, fantastische Spieler, wie du sagst, aber wenn du die hinter einem Rockset spielst, dann, ja, dann wird es schon ein bisschen happig, weil dann geht es dann darum, okay, das Fell ist halt labbrig, du musst draufschlagen, du musst jetzt nicht auf den Ton stimmen, sondern hey, da musst du einfach reinlangen und dann kommen die dann damit vielleicht nicht zurecht und da, da, wie gesagt, bin ich ein bisschen mehr Chameleon. So, ich kann mich auch mehr anpassen, aber eher Richtung Rock und Punch. Super. Und dann muss ich noch was anfügen, weil ich glaube, da werden sich jetzt der ein oder andere Hörer oder die Hörerin wird sich gedacht haben, hä, wie Vocals Tuning und so, weil du vorhin gesprochen hast davon, dass ihr wenig Tuning gebraucht habt bei den Vocals. Ich glaube, das ist so was, was viele Musikhörer und auch so manche Band, die jetzt nicht so die mega Studio-Erfahrung hat, gar nichts auf dem Schirm haben, dass ja Vocals im Nachhinein zu tunen gang und gäbe ist beziehungsweise einfach Teil einer Produktion ist und zwar nicht, weil die Leute alle nicht singen können und man bescheißt dadurch, sondern es geht einfach darum, eine gute Performance nochmal ein Stück näher da hinzubringen, wo sie halt hin muss, sodass die richtig perfekt sitzt und einfach die Wirkung erzielt. Also die Performance ist im Idealfall vorher auch geil, aber man gibt ihm halt noch so einen kleinen Schubs, damit es halt richtig sitzt und nachher nichts ablenkt einfach, weil manchmal sind so ganz kleine Unsauberheiten zwar auch für den Charakter irgendwie wichtig und da muss man immer abwägen, was man genau korrigiert und was vielleicht ganz geil ist, aber ich glaube, wenn Leute hören Vocals tunen, dann denkt man immer gleich so, Autotune ist ja schon so ein Klischee. Also ich meine, fast jeder weiß heutzutage, was Autotune ist. Sie wissen es nicht wirklich, aber sie glauben es zu wissen und dann denkt sich jeder so, was, die tunen die Vocals, kann der am Ende gar nicht singen, ist alles nur beschiss und so. Deswegen wollte ich das nur nochmal kurz gesagt haben, das ist ein ganz normaler Teil des Prozesses und vermutlich sind, ich weiß nicht, 90% eurer Lieblingsplatten getunt im Nachhinein, ohne dass ihr es merkt. Ja, also absolut und wenn man da natürlich dieses Verständnis dafür hat, dann versteht man es auch, wenn es darum geht, hey, bei dem muss man mehr oder weniger tunen und selbst wenn es einen Künstler gibt, wo man ein bisschen mehr tunen muss, das ist auch eigentlich nichts Negatives, weil wenn die Band auf der Bühne gefällt, ist es völlig egal, wie viel ich hinterher tunen muss im Studio, weil die bringen das einfach auf die Bühne, die Energie und die Songs und das ist das, worum es geht. Und ich meine, klar, je weniger man stimmen muss, desto happier ist man als Produzent natürlich und das zeugt dann natürlich auch von sängerischem Können, sage ich jetzt mal, aber wie du sagst, das hat nichts damit zu tun, dass der oder derjenige jetzt nicht singen kann oder die Band scheiße ist oder so. Ja, absolut, das stimmt. Ja, ich würde sogar im Zweifelsfall eine Performance, die, wo der ein oder andere Ton nicht getroffen ist, dafür ist aber die Energie mega geil und alles würde ich immer vorziehen, eine Performance, die perfekt stimmt, aber einfach nichts macht mit mir. Also dann tune ich lieber die geile Performance und dann passt es am Ende, weil das kann ich halt nicht wieder herholen, dieses Gefühl. Wo auch echt es Platten gibt, wo ich mir denke, boah krass, da hört man es schon, wo es getunt worden ist, aber da ist so viel Energie dahinter oder so viel Gefühl, hey, das verzeih ich dem. Ja, genau. Es wird nur manchmal schwer mit sehr rau gesungenen Vocals, da muss man auch fairerweise sagen, je nachdem, also wenn Sänger sehr rau singen, also noch nicht schreien, schon intonieren, aber halt sehr rau, dann tut sich so manche Software einfach schwer, das sauber zu erkennen und zu tunen dann oder sich tunen zu lassen. Das ist oft so eine Gratwanderung, wo man ein bisschen aufpassen muss und wo ich gerade, wenn Bands selber aufnehmen oder woanders aufgenommen haben und ich das Zeug dann nachher kriege, zum Editieren, wenn es noch nicht editiert ist oder getunt ist, dann muss ich manchmal sagen, ich muss das erst probieren, wie weit wir das hinkriegen, weil das könnte grenzwertig sein, also weil eben darauf nicht geachtet wurde. Also das finde ich eben auch, wie du sagst, faszinierend, dass man mittlerweile auch mehrere Stimmkorrekturprogramme braucht, weil das eine Programm mit dem fertig wird, das andere Programm mit dem, also finde ich auch okay, aber ist halt irgendwie interessant, dass es nicht nur ein Tool gibt und das macht alles oder eben das Autotune, sondern es ist halt, ja, man muss das richtige Tool dafür finden, damit man das gut beheben kann. Ganz genau, ja, ja, ich denke auch immer, das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, das, was du vorher gemeint hast mit der Live-Energie, wenn man auf einer Show ist und eine Band einfach mega cool ist, also geil spielt einfach und es ein super Abend ist, denkt man in den seltensten, wenn es nicht komplett verkehrt ist, denkt man in den seltensten Fällen darüber nach, ob der jetzt einen Ton getroffen hat oder nicht oder die oder ob da jetzt irgendwie, also das halt, das funktioniert einfach, es ist ein super Abend und alles ist gefühlt genauso, wie es sein muss und wenn man sich dann nachher zum Beispiel Live-Aufnahmen, wenn man das schon mal gemacht hat oder so, von seiner Band oder von anderen Bands oder so anhört nachher von dem gleichen Abend, dann denkt man sich schon oft so, jetzt ohne Scheiß, das war doch nicht, ist es dieser Abend so? Richtig, richtig, ja. Weil du in der Energie und so, damit merkst du es einfach nicht und wenn du das dann leise daheim anhörst, fällt dir erst auf, wie schief manches einfach ist. Absolut. Da merkt man, wie es in den Hintergrund rückt dann. Genau, jedes Mal, wie du sagst, Handy-Aufnahmen gemacht von der Band letztens, ich habe auch, weiß nicht, kennst du Dirty Loops? Zufällig? Okay, das ist ein ganz anderes Genre, auf jeden Fall. Fantastische Band, fantastischer Sänger, wirklich, der singt so gut und live auch so krass gut gesungen und dann habe ich so eine Handy-Aufnahme gemacht, mir ist dann auf dem Heimweg irgendwie angehört und mir gedacht, boah krass, das klang doch nicht so schief. Das klang doch astrein live. Also gut, es war jetzt nicht so krass schief, aber man hat schon gemerkt, okay, also live, wo ich da vorstand, klang es viel, viel krass genauer drauf, wie es jetzt auf der Handy-Aufnahme hinterher ist. Also ja, absolut, die Energie macht einfach sauviel aus. Ja, ja, total. Jetzt haben wir so ein bisschen den Nerd-Talk auch untergebracht, was aber auch wichtig ist, weil es geht ja alles Hand in Hand. Ich meine, am Ende steht ein Gesamtprodukt, das aus den Songs, aus der Produktion, aus den Texten, aus allem halt besteht und deswegen ist es super interessant, mal mit jemandem auch zu sprechen, der dieses ganzheitliche dann halt so mitgekriegt hat und so sieht. Was gibt es denn von deiner Seite noch so zu sagen? Was steht jetzt demnächst an? Ich meine, es ist ja noch, aus jetziger Sicht, jetzt haben wir es praktisch Ende März, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Platte rauskommt. Was gibt es von dir, von euch in der Zwischenzeit noch, was man ankündigen könnte oder was ansteht? Wie nutzt ihr jetzt die Zeit so auch in der Öffentlichkeit noch, in der man jetzt aber daheim sitzt? Juhu, ja, genau, wie du sagst, eigentlich abgesehen von der Platte, jetzt kommt die nächste Single raus, jetzt am siebten, glaube ich. Das Problem ist, ich bin der Schlechteste, wenn es um Termine und um Dates und um hier und da geht es furchtbar bei mir, weil dann, mich fragen dann Leute live irgendwie, oh cool, wann kommt denn die Platte? Und ich so, äh, also ich weiß, dass im mehr Mai kommt, aber ich kann jetzt nicht das genaue Datum sagen. Am 8. Mai kommt die Platte, auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Genau, richtig, richtig. Weil es ist ja so, meistens sagen dann die Leute so, naja, jetzt spielen wir dann vorher noch da und das machen wir da ab. Das fällt dir jetzt alles im Moment aus, deswegen würde es mich interessieren, ob ihr dann da Alternativen für geplant habt, ob es noch irgendwelche Streaming-Geschichten gibt vielleicht oder? Streaming-Geschichten, ja, ich kann dir nur gerade nicht genau sagen, Sachen geplant, die noch nicht feststehen, wann die, ähm, wann die gestartet werden oder wann die auch released werden. Es kommt nur jetzt die nächste Single halt raus, ähm, in ein paar Tagen, jetzt in einer Woche, glaube ich, der Windshields heißt die, gibt es auch ein Video dazu, dann halt eben die Platte und wir versuchen halt jetzt, wie gesagt, so zwischendrin irgendwelche kleinen Aktionen zu machen, wo wir dann eben live zusammenspielen mit verschiedenen Kameras, jeder bei sich daheim, aber wie gesagt, ich kann dir leider schwer sagen, wann das genau getimt ist und wann das rauskommt. Es wird alles irgendwann jetzt die nächsten ein, zwei Wochen passieren. Ah, okay, ja. Und dann noch, ähm, letzte Frage, die mich auch immer, frage ich jeden Einzelnen, fast jeden Gast bisher gefragt, solche Dinge, aber auch bei euch interessiert es mich, ihr macht die Platte wieder über Uncle M, richtig? Mhm. Genau, und auch das erste Album war, glaube ich, bei Uncle M schon. Ja. Wenn bei einer Band, die es noch nicht lange gibt und die jetzt nicht so die Hunderte von Shows so vorweisen kann oder irgendwas, wo man sagt, das war jetzt schon so ein riesengroßes Ding, was habt ihr gemacht oder warum denkst du, wart ihr für ein Label oder für Partner, die mit denen zusammenarbeitet, so interessant? Weil das sind so die Dinge, die halt Leute auch immer wieder fragen und wo ich einfach weiß, dass auch die, die jetzt zuhören, einfach immer interessiert, wenn es dann heißt, ja, die bringen ein Album raus und da ist ein Label im Spiel und so weiter, was haben die denn gemacht, dass das geklappt hat? Kannst du das festmachen bei euch an so ein paar Dingen, die zu diesen ersten relativ schnellen Erfolgen geführt hat und auch zur Zusammenarbeit mit anderen, die bereit sind, da euch zu unterstützen? Also du zwingst mich jetzt zum Eigenlob. Ja klar, genau. Nee, das ist einfach gut zu wissen immer, weil das wissen einfach viele, tun sich das schwer oder? Also ich denke mal in erster Linie natürlich, wir sind eine Band, wir machen Musik, wir sind Musiker und ich glaube einfach, die Songs haben halt einfach den entsprechenden Leuten, glaube ich, natürlich gefallen und dass wir dann auch, dass diese Energie auch live zu dem großen Teil auch sehr gut rüberbringen, was man auch, also ich persönlich daran merke, dass es für uns alle Spaß macht, auch live zu spielen und wir uns wirklich auch wohlfühlen und keiner sich verstecken muss, weil er jetzt irgendwie irgendwelche Unzulänglichkeiten hat und so weiter und ich glaube, ein Label, die merken das dann auch, also die finden die Songs gut, die sehen, hey, wir sind recht gut aufgestellt, also wir machen auch viel selber, darf man ja auch nicht vergessen, die eigene Arbeit von der Band, das ist ja mittlerweile, wenn man es jetzt mal vergleicht, vor 12, 15 Jahren, da was konntest du oder was hast du da als Band gemacht, wirklich nur ein Viertel so viel wie das, was du jetzt leisten musst, abgesehen von Demos, die mittlerweile klingen wie Platten von vor 10 Jahren bis hin zu Promo-Arbeit, ich meine, Social Media, du musst ständig irgendwie aktiv sein überall, du musst irgendwie, du musst es hinkriegen, Videos machen zu können, ohne dass du dich irgendwie finanziell, bevor du noch nichts hast, dass du da pleite bist, also das ist auch natürlich der finanzielle Faktor, dass man, wenn man natürlich viel Geld hat, dann kann man sehr viele Sachen gut qualitativ machen, aber in, ich sage jetzt mal, in unserem Genre und in unserem Bereich ist es ein bisschen schwerer, weil da generell vielleicht die eine oder andere Band nicht so viel Geld hat auf der Kante, und deswegen schauen muss, hey, wie kriegen wir das jetzt so gut wie möglich hin mit den wenigsten Mitteln und wenn du da halt eine Band hast, die das gut macht, alles gut managen und jonglieren kann, dann, das gefällt natürlich, denke ich, dann einem Label auch und abgesehen davon natürlich die, die, die Einstellung der Band selber, hey, wie sind wir, wie geben wir uns, wie, was sind unsere Einstellungen, das muss natürlich aufpassen, aber das ist ja, das ist ja Grundvoraussetzung. Kann man genau so stehen lassen, super, das ist immer super hilfreich, weil, man denkt immer Leute, das ist so ein Hexenwerk oder das schafft man ja nur, wenn man irgendwie vorher schon niemanden kennt oder so und es ist immer immer zu, schön zu hören, woran es dann tatsächlich liegt und, ja, hilft, hilft, glaube ich, den Leuten einfach auch. Ja, ja gut, cool, dann wünsche ich euch auf jeden Fall mit der Platte alles Gute und dass die, dass das, ja, dass das den anderen Anhörern genauso geht wie mir und dass, dass das richtig gut funktioniert und gut klappt, da bin ich guter Dinge. Dann natürlich auch, dass ihr sehr bald wieder live spielen könnt, ich hoffe, ich meine, wichtig ist, dass jetzt alle gesund bleiben und sonst nichts passiert, aber natürlich sind wir alle froh, wenn auch wieder Normalität herrscht und was die Shows betrifft, wenn man wieder raus kann einfach, aber gut, das ist jetzt einfach so und muss auch so sein, aber auch da hoffe ich, dass es bald wieder auch für euch weitergeht. Ich hoffe, ihr konntet auch, ihr könnt so manches vielleicht verschieben und müsst nicht ganz abblasen. Ansonsten möchte ich an der Stelle auch nochmal, ich habe es mehrfach schon in letzter Zeit gesagt, aber auch hier in der Sendung möchte ich nochmal sagen, dass jetzt die Bands, die sind, die man eigentlich unterstützen muss am meisten, weil ich sage es deswegen, weil mich viele Leute auch fragen, wie es mir jetzt geht mit dieser Corona-Sache oder wie es zu bestimmten Kreativen in der Branche eben geht oder kleinen Unternehmen und so und klar, uns trifft das alles jetzt so, aber ich denke mir immer so, wenn die Künstler weiter Kunst machen können, weiter Musik machen können und wenn das weiter funktioniert, dann haben wir am Ende alle was davon und dann, ich denke, da muss man einfach ansetzen und ich denke, dass wenn man jetzt irgendwie, wenn man eh vorhatte, schon lange ein Shirt, zu kaufen oder eine Platte zu kaufen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, mal irgendwie die Shops der Bands zu durchstöbern und sich Sachen zu holen, vielleicht auch, wenn ihr ein Ticket gekauft habt und die Show aber nicht stattfinden kann, einfach darauf verzichtet, das Geld zurückzuwollen, einfach die Booking-Leute, die Labels, die Bands unterstützen, sodass weiter Kunst auf Bühnen und auf Platten stattfinden kann und dann geht es auch allen anderen weiter hinten in der Kette irgendwie, glaube ich, wieder gut nachher so. Also ich glaube, da muss man echt ansetzen und ja, das sei nur an der Stelle nochmal gesagt, also kauft die Platten, kauft die neue Platte hier von Carat Carter, kauft alles, was es bisher gibt und unterstützt die genauso wie alle anderen euren Lieblingsbands. Absolut, danke dir. Ja, unbedingt. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Wie gesagt, alles Gute euch. Ich bedanke mich. Dankeschön, war sehr cool mit dir. Ja, wirklich cool. War mir ein absolutes Fest und dann hoffentlich bis bald mal im echten Leben. Also wieder im... Genau, ja stimmt, das wäre absolut mal interessant. Ja, doch, definitiv. Ja, und momentan, ich meine, momentan sieht man so viele Menschen auf Bildschirmen wahrscheinlich wie noch nie vorher in seinem Leben, deswegen freut man sich umso mehr mal wieder Leute draußen zu treffen, einfach so. Ja, richtig, richtig, ja. Okay, super. Cool. Danke, dann. Ciao, servus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir der Podcast an sich gefällt und wichtig ist, dann würde ich dich nochmal bitten, auf iTunes zu gehen, auf Apple Podcasts zu gehen und dort ein Review zu hinterlassen. Im Idealfall mit Textbewertung, das hilft einfach so unglaublich, noch mehr Leute zu erreichen und ist so das ziemlich das Beste, was ihr für mich als Podcaster tun könnt. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt in diesen Folgen und wahrscheinlich denkt einfach auch jeder immer, naja, irgendwer wird es schon tun und man fühlt sich nicht selber so direkt aufgerufen, das zu machen. Ich bitte dich trotzdem, wenn es irgendwie geht, geh kurz auf Apple Podcasts oder auf iTunes und gebt mir dort ein Review für diese Show. Gerade jetzt möchte ich einfach viele, viele Leute erreichen, nicht aus Selbstzweck, sondern weil jeder jetzt daheim sitzt, jeder inspirierende, spannende Unterhaltung braucht, die für ihn relevant ist, die ihm den Tag vielleicht etwas spannender oder angenehmer macht und auch den Bands kann ich durch diesen Podcast ein Stück weit helfen und anderen Leuten, die jetzt noch in der Pipeline sind, die demnächst hier im Podcast kommen. Ich versuche einfach hier wirklich für alle so ein bisschen Reichweite zu schaffen, bestimmten Menschen Gehör zu verschaffen und den Leuten daheim einfach, wie gesagt, die Zeit etwas angenehmer zu machen und wenn du den Podcast bewertest, dann rutscht der im Ranking einfach weiter hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass ihn jemand entdeckt, wird höher und ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür, wenn du das machst. Das war es auch schon an Aufrufen meinerseits heute. Bitte bleibt gesund, bleibt daheim, solange diese Regeln noch gelten und solange es einfach Sinn macht. Ja, passt auf euch auf, schaut ein bisschen rum, haltet die Augen offen, wo ihr vielleicht helfen könnt, passt auf die älteren Mitmenschen auf und ja, dann kommen wir gemeinsam schon durch, durch diese Zeit. Genau, wer weiß, vielleicht hörst du den Podcast, wenn alles schon vorbei und wieder beim Alten ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, es wird bald wieder so. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dafür, dass du mir eine Bewertung hinterlässt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.